Hallo, schönes Du und sowas von herzlich Willkommen zu einer neuen Joybombs-Episode. Dein Podcast für mehr Freude im Leben. Mein Name ist Sophie Czerny, ich bin Dein Host und ich freue mich sehr, dass Du heute wieder eingeschalten hast zu der 150. Episode und heute geht es um die drei Hacks, um in die Sichtbarkeit zu kommen. Liebste Joybombs, ich hatte eine wunderbare Masterclass mit den Menschen aus dem Club der Kreatöre, mein 6-Monats-Programm und bei der letzten Masterclass ging es um das Thema Sichtbarkeit auf Social Media. Und wenn Du ein Business hast oder wenn Du ein Business starten möchtest, wirst Du um das Thema Sichtbarkeit nicht herumkommen. Ich höre sehr oft solche Sätze wie Instagram ist nichts für mich, Facebook ist nichts für mich, das ist nichts für mich, das ist nichts für mich, das ist ja alles schön und gut, dann geh gerne auf die Straße und erzähl mir aber dann nachher nicht. Menschen anzusprechen und über meine Produkte zu erzählen ist nichts für mich. Was möchte ich Dir damit sagen? So oder so, wenn Du ein Business startest, wenn Du ein Business haben möchtest, wenn Du möchtest, dass Dein Business größer wird, wirst Du um das Thema Social Media nicht herumkommen. Und Du kannst Social Media gebrauchen und Du kannst Social Media missbrauchen. Und was meine ich mit missbrauchen? Die meisten Menschen verbringen ihre Zeit an ihrem Handy. Es schauen sich irgendwelche Reels an, Stories an, Bilder an und bewerten alles. Sie scrollen durch, sie sitzen zusammen in einer Gruppe in der Mittagspause und alle starren auf ihr Handy. Ah, die schon wieder mit ihrem Bewusstseinskram. Ah, der schon wieder mit seinen super tollen Autos. Der glaubt wohl auch, dass er besonders geil ist. Der hat wohl einen zu kleinen hmmmm. Ah, die schon wieder, zeigt sich wieder beim Sport. Naja, hat es eh notwendig abzunehmen. Das ist die Art und Weise, wie Menschen Social Media missbrauchen. Du kannst allerdings Social Media gebrauchen. Und was meine ich damit? Hier kommen wir zum ersten Hack. Sei mutig und hab keine Angst, Dich auf Social Media zu zeigen. Die Art und Weise, wie Du es gebrauchen kannst, ist nämlich, dass Du eine Inspiration für andere Menschen sein kannst. Eine Inspiration für Menschen, die es auch wirklich empfangen können. Weil die, die Dich bewerten für die Dinge, die Du machst und für die Inspirationen und Weisheiten, die Du da draußen teilst, die missbrauchen Social Media. Und das ist eine Sichtweise, die muss Dir mal bewusst werden. Ich weiß nämlich, dass die größte Angst der Menschen ist, vor anderen Menschen zu sprechen. Und es wundert mich nicht, weil wir eben in so einer bewertenden Welt leben. Und die meisten Menschen, wie gesagt, Social Media missbrauchen. So, das wären aber eh nicht Deine Kunden, die Dich die ganze Zeit nur bewerten. Also anstatt Dich auf diese Menschen zu konzentrieren, fokussiere Dich doch lieber auf die Menschen, für die Du eine wahrhaftige Inspiration bist. Und da draußen gibt es viele Menschen, die das empfangen können. Und das musst Du Dir wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Und ich verstehe Deinen Zweifel. Ich verstehe, dass Du Dir in Deinem Kopf denkst, was habe ich schon zu sagen? Wen interessiert das, was ich zu sagen habe? Was soll ich überhaupt sagen? Nur die Sache ist folgende, auch wenn es schon alles gibt da draußen, auch wenn alles schon in uns ist, kurz gesagt, auch wenn alles schon da ist, Du bringst die Dinge noch einmal in Deiner eigenen Energie und in Deinen eigenen Worten rüber. Und das ist das, was zählt. Das ist das, was wichtig ist. Deine Einzigartigkeit, wie Du Dinge in die Sichtbarkeit bringst, Weisheiten, Inspirationen, Transformationen in die Sichtbarkeit bringst. Darum geht es. Und das ist das Geschenk, dass Du wahrhaftig in dieser Welt sein kannst. Deswegen, liebste Joybomb, sei mutig, nimm Dein Telefon in die Hand, gebrauche es und fokussiere Dich auf die Menschen, für die Du eine wahrhaftige Inspiration bist. Und diese Menschen gibt es. Es gibt sie. Und Du bist vielleicht die Joybomb, die diese Person abholt. Vielleicht schaffe ich es nicht, diese Person abzuholen, aber vielleicht schaffst Du es. Und das sind die Dinge, die zählen. Und das ist auch, wie wir uns gegenseitig alle beitragen können. Du hast einfach eine einzigartige Energie, eine andere Energie als ich. Und das ist super. Und das hat das Universum auch so gewollt. Deswegen, raus mit Dir, nimm Dein Handy und sprich bitte in die Kamera. Vor allem, wenn Du ein Business haben möchtest. Hack Nummer 2, zeig Dich authentisch statt Fake. Jeder da draußen, das garantiere ich Dir, hat diese Fake-Sachen sowas von satt. Wenn Du nicht den Porsche hast, hast Du eben keinen Porsche. Wenn Du nicht im teuren Luxushotel unterkommen kannst, weil Du es Dir noch nicht leisten kannst, dann ist es eben so. Du musst auf Social Media nichts faken, was Du nicht bist und was Du nicht hast. Du kannst aber gerne darüber sprechen, dass Du gerne einen Porsche hättest und dass Du gerne in dem fancy Hotel absteigen möchtest und die Menschen mitnehmen auf Deine Transformationsreise. und das ist etwas, was ich immer mehr erkenne, was wirklich richtig Spaß macht, diese Transformation von einem selber auf Social Media zu teilen und sich eben auch verletzlich zu zeigen. Du musst Dich dort nicht präsentieren, als wärst Du die obergscheiterste Joy-Bomb auf der ganzen Welt, sondern nimm die Menschen mit bei den Erfahrungen, die Du machst, bei den Erlebnissen, die Du hast. Sprich ganz authentisch und verletzlich darüber, wie es Dir mit Sachen geht oder beziehungsweise ging und wie Du es verändern konntest. Teil diese Erlebnisse und Erfahrungen, weil es wird immer Menschen geben, die eben davon inspiriert sind und die Du damit abholst. Wenn Du zum Beispiel den Menschen erzählst, ja, es ist mein allererstes Live, ich habe die Hosen voll, ich bin gespannt, wie das weitergeht und die Menschen einfach dabei abholst, dann wird es Menschen geben, die sich denken, oh wow, das ist voll inspirierend, ich bin nämlich noch nicht so weit, ich traue mich noch nicht, bei Instagram auf Live zu drücken. Und alleine mit diesem Mini-Step hast Du schon wieder jemanden abgeholt, jemanden inspiriert und hast Dich authentisch gezeigt, nämlich so, wie Du halt wahrhaftig bist und nicht mit diesem, ah, ich täusche jetzt vor, als würde ich das schon zum zehntausendsten Mal machen und dabei habe ich es aber noch nie gemacht und habe gerade die Hosen voll. Sag doch einfach, wie die Dinge für Dich sind. Selbst wenn Du auch Coach oder Mentor bist Trainer bist, wir wachsen alle immer noch, ich wachse auch immer noch, ich bin auch nicht perfekt, ich habe auch meine blinden Flecken, mir passieren auch immer noch Dinge in meinem Leben, wo ich sage, hm, ist gerade nicht so schön. Nur die Sache ist ja, dass Du Dein Mindset dann teilst mit den Menschen. Du darfst erzählen, dass es Dir in dem Moment dreckig gegangen ist, Du Dich angeschissen hast, die Hosen voll gehabt hast, was auch immer gerade bei Dir in Deiner Welt los war und sie damit inspirierst, wie Du es verändern konntest. Also eine ganz einfache Ursache und Wirkung Mechanik. Das Leben ist einfach eine Transformation und das Leben ist eine andauernde Transformation für uns alle. Und Du kannst daher die Menschen sehr wohl auf Deiner Reise mitnehmen. Und das wird Dich immer authentisch machen. Und das bringt mich auch zum dritten Punkt, zum dritten Hack. Social Media ist Dein Mentor. Und das ist eine komplett andere Sichtweise auf Social Media. Weil, wenn Du den Mut hast und den Mut zusammennimmst, Dich auf Social Media zu zeigen und Dich zu präsentieren, dann garantiere ich Dir, dass ganz viele Sachen hochkommen. Da werden Ängste hochkommen, Selbstbilder von Dir hochkommen, Identifikationen hochkommen, Rollen hochkommen, da werden Zwänge hochkommen, Vielleicht so ein Zwang könnte es sein, dass Du sofort grinst und sofort lachen musst, sobald Du Dein Handy aufdrehst und Dich live zeigst. Also da wird wirklich der Shit in Dir hochkommen. Glaube mir. Und deswegen finde ich, dass Social Media ein großartiger Mentor ist. Social Media ist ein sauguter Coach, wenn Du eben Social Media zu Deinem Vorteil nutzt. Weil dann hast Du die Möglichkeit, dass Du Dich die ganze Zeit beobachtest, wie Du drauf bist. Eben zum Beispiel, wenn ich die Kamera aufdrehe, lache ich dann zwanghaft, grinse ich zwanghaft, wird meine Stimme zwanghaft zehn Oktaven höher. Versuche ich super seriös zu sein und mich darzustellen, als würde ich alles über das Leben wissen. Du kannst dann diese ganzen Zwänge beobachten in Dir, die da hochkommen. Und das ist die Art und Weise, wie ich gelernt habe, mittlerweile Social Media zu nutzen. Wenn ich mein Handy zücke, wenn ich ein Reel teile, wenn ich eine Story poste, dann schaue ich immer, was das in mir drinnen macht und ich benutze dann Social Media, um innerlich frei zu werden. Ich gebe Dir hier an der Stelle ein Beispiel. Ich habe in meinen Kursen diese bösen Wörter verwendet, wie Bitch, Dämonenschlampe aus der Hölle, ich habe mir erlaubt, in meinen Kursen Arschloch zu sagen, ja, all diese bösen Wörter eben. Nur in der Öffentlichkeit hätte ich es vor ein paar Monaten nicht gemacht. Ich hätte niemals in einem Reel geteilt, Hallo ihr Bitches. Ich hätte nie Arschloch in einem YouTube-Video gesagt, ich hätte diese Wörter in der Öffentlichkeit nicht verwendet. Ich habe sie aber in meinen Kursen verwendet. Und dann habe ich einfach mal geschaut, okay, was für eine Identifikation habe ich denn da? Und ja, die Identifikation war, sowas sagt man nicht in der Öffentlichkeit, so spricht man nicht. Da waren viele, viele, viele Selbstbilder, viele Glaubenssätze. Da war dieses, ja, wenn ich solche Wörter sage, dann triggert das ja Menschen und ich gefalle denen dann nicht, etc., etc., etc. So, und dann kam der Punkt, wo mich mal jemand darauf aufmerksam gemacht hat, was ich da eigentlich für Selbstbilder habe und dass ich es doch einfach mal ausprobieren soll, zu sagen, Hallo ihr Bitches. Und ich dann sehen werde, ob es wirklich nichts mehr mit mir macht oder ob es noch immer etwas mit mir macht. Und ich habe das dann gemacht. Ich habe dann ein Video gemacht mit Hallo ihr Bitches, das war eine Einladung zum Club der Kreatöre und ich bin drauf gekommen, oh wow, wie geil ist das eigentlich? Es macht nichts mehr mit mir. Ich habe dann auch massive Bewertungen bekommen, darüber habe ich dann auch ein Live gemacht, das findest du auf meinem Instagram-Account. Und da habe ich auch die E-Mail vorgelesen, die ich da bekommen habe, diese bitterböse, wie ich mir nur erlauben kann, Hallo ihr Bitches zu sagen. Ich hatte es sogar in meinem Newsletter als Anrede verwendet. So, und das Geile war dann, dass diese Bewertung auch nichts mehr mit mir gemacht hat. Und das meine ich, Social Media wirklich als deinen Mentor zu verwenden. Weil wie viele Menschen da draußen kennst du, die dir sagen, ja, ich habe kein Problem damit, wenn mich andere Menschen bewerten. Ja, das stört mich nicht, wenn jemand anderer was über mich sagt. Ja, okay, wenn das wirklich so ist, dann ist es ur-super. Und dann kann ich dir nur sagen, ja, dann probier es doch aus. Dann mach doch ein Live-Filial und red mal alle an mit Hallo ihr Wichser, Hallo ihr Bitches. Und du wirst sehen, ob es wirklich nichts mehr mit dir macht. Du wirst dann sehen, ob du wirklich kein Thema damit hast, dass dich andere Menschen bewerten für das, was du sagst und wie du dich in der Öffentlichkeit präsentierst. Und ich meine nicht, bitte nicht falsch verstehen an der Stelle, dass man jetzt rausgehen muss und die ganze Zeit solche Wörter sagen muss. Nein, rede einfach so, wie dir der Schnabel gewachsen ist. So, wie du mit einem Freund oder einer Freundin sprechen würdest. Und wenn du merkst, das tust du nicht auf Social Media, dann weißt du, dass du einfach connected bist mit sämtlichen Identifikationen. Und die kannst du natürlich dann beobachten und über Bord werfen und natürlich loslassen. Und das ist das Geile. Und deswegen macht mir Social Media tatsächlich immer mehr und mehr und mehr und mehr Spaß. Und ich habe immer weniger Themen, damit mich in der Öffentlichkeit zu präsentieren, ein Posting zu machen, eine Story zu machen, eine Podcast-Folge aufzunehmen, etc., etc. all die Dinge, die ich halt einfach tue. Es macht mir richtig Spaß, weil ich mich selber dabei beobachte und eben draufkomme, oh wow, wo, liebe Sophie, lügst du dich selber immer noch an? Und das ist das Großartige. Und ich hoffe, dass dir diese Sichtweise auf Social Media ein bisschen was in deinem Köpfchen da oben mal dreht, damit du endlich mal rausgehst und zeigst, was du zu sagen hast und mal anfängst, die Menschheit da draußen zu inspirieren. Weil sich nicht zu zeigen, ist keine Option. Das ist einfach keine Option. Vor allem ganz ehrlich, wenn du Trainer bist, Coach bist, Mentor bist, wie auch immer diese ganzen Begrifflichkeiten heißen. Wie zum Teufel willst du Kunden gewinnen, wenn du dich nicht auf Social Media zeigst? Wie zum Teufel sollen dich irgendwelche Leute finden? Wie zum Teufel kann ein Kunde zu dir Vertrauen aufbauen, wenn er dich gar nicht kennt? Und warum ich das jetzt so betone ist, weil ich habe die irrwitzigsten Konversationen dieses Jahr schon geführt, wo mir Leute erklärt haben, ja, ich möchte nichts mehr mit dem Business machen. Ich bin einfach so hoch energetisch aufgeladen und ich schwinge einfach so hoch, dass die Kunden alle zu mir kommen. Ja, du sollst eh hochschwingen. das ist eh klar. Aber das reicht nicht. Also vielleicht ein bisschen und vielleicht kommen tatsächlich dann Menschen auf deine Webseite, weil du so hoch schwingst, nur trotzdem musst du irgendwas tun. Also wenn das wirklich funktioniert, dass du einfach nur so hoch schwingst, dass du wirklich nichts mehr tun musst und der Kunden so schlechthin bist und du den ganzen Tag auf der Couch rumliegen kannst und du nichts machen musst, dann sag mir bitte Bescheid, weil dann möchte ich wissen, was du hast und dann buche ich bei dir sogar ein Coaching. Und es ist natürlich eine andere Geschichte, wenn Leute zu dir kommen über Mundpropaganda oder eben offline. Diese Dinge gehören genauso zu deinem Business dazu, aber es ist nicht alles. Oder anders gesagt, wenn du dich zeigen würdest und es eben nicht vermeidest dich zu zeigen, was sowieso by the way eine niedrige Schwingung ist, dann kann dein Business vielleicht noch mehr wachsen. Ich stelle es einfach mal so als Möglichkeit in den Raum. So liebste Joybomb, das waren meine drei Hacks zum Thema Sichtbarkeit. Ich möchte unbedingt diesmal wissen, das ist ein Muss, keine Bitte, was diese Folge mit dir gemacht hat. Ich hoffe, dass ich dich sehe auf Social Media, dass du mutig bist und die Kamera endlich mal aufdrehst, dass du dich authentisch zeigst und dass du es wirklich nutzt, Social Media, als deinen persönlichen Mentor. Die Versteckspiele sind vorbei, also schreib mir gerne auf Instagram, was diese Folge mit dir gemacht hat, schreib mir gerne auf YouTube, hinterlass mir gerne Sternchen, schick das bitte deinen Kollegen, Freunden, deiner Familie, deinen Liebsten, jedem, der ein Thema hat oder bisher gedacht hat, ein Thema zu haben mit Sichtbarkeit. Bitte, 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 das muss hinaus in die Welt. Stell dir vor, deine Freundin hebt jetzt voll ab, weil du ja diesen Podcast weitergeschickt hast und weil sie ihr Arschbacken zusammengekniffen hat und sich endlich in der Öffentlichkeit gezeigt hat. Das gleiche gilt natürlich auch für dich, liebste Joybomb, also bitte lass mich wissen, was das alles mit dir macht, was es bei dir hochbringt und im Club der Kreatöre geht es eben darum, dass ich Menschen sechs Monate begleite, alles zu kreieren, was sie möchten, inklusive Business, Sichtbarkeit und wir sprechen genau über diese ganzen Themen, die hochkommen, nicht nur jetzt beim Thema Sichtbarkeit, sondern generell über die Identifikationen, über die Selbstbilder, über die Rollen, wie du sie erkennst, wie du sie loslassen kannst. Also wenn du merkst, dass du einfach noch voll einen Stock im Arsch hast und nicht in die Gänge kommst, sei es jetzt mit dem Thema Sichtbarkeit oder generell es dir an einer absoluten Umsetzungsgabe fehlt, melde dich gerne auf meiner Webseite an zu einem kostenlosen Erstgespräch. Es ist kostenlos. Du hast nichts zu verlieren, aber alles zu gewinnen. Weil wie sehr könntest du in deine Kraft kommen, wenn du anfängst, all diesen Bullshit, diesen Mindfuck loszuwerden. Und ich freue mich so sehr, dass es eine Anerkennung an alle, die im Club der Kreatöre sind, die am Mittwoch in der Masterclass waren und die plötzlich überall auf Social Media waren. Ich habe sie alle gesehen, alle haben irgendwas geteilt, alle haben sich gezeigt, alle sind in diese Sichtbarkeit gegangen und es hat mich so gefreut. Also an allem meine Club der Kreatöre, Mentees, ihr seid Bombe, ihr seid Kreationsbomben und ihr habt meine höchste Anerkennung dafür, dass ihr das wirklich in die Umsetzung gebracht habt, weil darum geht es im Club der Kreatöre, dass du so hoch schwingst, dass du in die Umsetzung kommst. Also liebste Joybomb, melde dich auf gar keinen Fall an für ein kostenloses Erstgespräch, für den Club der Kreatöre, das ist eine schlechte Idee, du weißt ja noch gar nicht genau, was das ist, gell, deswegen kann dir dein Verstand auch wieder da einreden. Nochmal, du hast alles zu gewinnen, nichts zu verlieren, starte lieber heute als morgen und übermorgen und überübermorgen lass den Teufel deinen Verstand nicht gewinnen, ich habe jetzt keine Zeit, ich habe kein Geld, ich habe dies nicht, ich habe jenes nicht, melde dich einfach mal und wir schauen, wo du gerade stehst, vor welchen Herausforderungen, was du gerne in deinem Leben kreieren möchtest und ob ich dich dabei unterstützen kann. In diesem Sinne, liebste Joybomb, geh in die Sichtbarkeit, geh raus, zeig dich auf Social Media, inspiriere die Menschen und zünde die Joybomb und lebe deine Freude. Auch auf Social Media! www.spo-tack.com www.spo-tack.com www.spo-tack.com